Das war eine starke Reaktion und ein wichtiger Sieg. Aber gleichzeitig bin ich die letzten Wochen sehr besorgt. Ich bin besorgt um die Gesundheit und Sicherheit meiner Spieler und deshalb seht ihr mich auch nicht besonders fröhlich. Es ist genau wie Sie gesagt haben, wir könnten hier ein Momentum starten und wir könnten unsere Spieler immer weiter pushen. Aber das Einzige, was wir gerade tun, ist tagtäglich checken, wen wir überhaupt pushen, und für wen wir die Verantwortung übernehmen können, das ist eine große Herausforderung. Und deshalb ist unser Problem nicht gelöst, nur weil auf dem Spielberichtsbogen wieder alle Namen stehen, mit einem vollen Kader und einer normalen, verletzten Situation. Mit mal zwei fehlenden Spielern für eine Woche oder zehn Tage. Da habe ich keine Bedenken, was den Spielplan oder die Mentalität angeht. Aber diese Situation gerade ist sehr, sehr anspruchsvoll. Es Zum einen Anleasheden, mit der Situation, ist sehr anspräch. Amen.